Willkommen bei OneAppaDay. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Auf dem Smartphone oder Android, iOS, auf dem Tablet, iPad, Android, Tablet, wie auch immer, habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, was sind eigentlich so die Apps, auf die ich nicht verzichten möchte. Sei es jetzt eben auf dem Android-Smartphone oder auf dem iPhone oder auch auf dem iPad, auf dem alten, was ich noch habe. Und ich habe gedacht, ich gehe einfach mal die Apps durch, werde also jetzt die nächsten Tage einfach angefangen mit Android, einfach mal über die Apps sprechen, pro Folge jeweils eine, auf die ich tatsächlich nicht verzichten möchte, die also im Prinzip auf dem Homescreen ihren Platz gefunden haben. Somit werden sicherlich auch zahlreiche Apps oder vielleicht sogar alle Apps vorkommen, über die ich schon mal gesprochen habe. Ja, das eine bedingt halt das andere. Fangen wir an mit Moshidon for Mastodon bei 263 Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung von 4,2 von 5 Sternen, wie fast immer getestet auf dem Galaxy S23 Ultra. Und dort ist die, na, wo haben wir es denn, 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 da. Die aktuelle Versionsnummer ist die 2.3.0 plus Fork.105.Moshinda-Play. 5 Megawatt groß erfordert Android 6.0 oder höher. Wie der Name schon sagt, Moshidon for Mastodon. Es ist eine App für Mastodon, den Zugang zum Fediverse könnte man ja sagen. Mastodon ist eine veränderte Version, ein Fork der offiziellen Mastodon Android App, die wichtige Funktionen ergänzt, die in der offiziellen App fehlen, wie zum Beispiel eine föderierte Timeline, ungelistetes Veröffentlichen und die Möglichkeit Bildbeschreibungen zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob diese Sachen inzwischen immer noch fehlen, aber der Gewohnheit halber bin ich persönlich und der Android einfach auf jeder Plattform, auf jedem Smartphone und bei Mastodon geblieben. Die wichtigsten Funktionen sind große Farbauswärm, Material You und viele weitere Farbschemen. Übersetzungsfunktion, eine Schaltfläche um Beiträge zu übersetzen. Ungelistetes Veröffentlichen, also Posts veröffentlichen, ohne dass deine Beiträge in den Trends mit Hashtags oder auf öffentlichen Timelines erscheinen. Föderierte Timeline, Bildbeschreibungen kann man sich angucken, die Alttexte, Posts kann man anpinnen, Hashtags kann man folgen, volle Anfragen beantworten, löschen und neu verfassen, die beliebte Funktion, die das Bearbeiten von Beiträgen ohne eigentliche Bearbeitungsfunktionen möglich gemacht hat. Und Extras für die Einpassung der Nutzeroberfläche, wie zum Beispiel Interaktionssymbole in Benachrichtigungen und die Entfernung von vielen Unstimmigkeiten beim eigentlichen Design. Für mich persönlich, der, ja was ich sagte, der Mastodon Client meiner Wahl, was soziale Netzwerke anbelangt, vielleicht sollte ich darüber auch nochmal eine Folge machen, ist ja immer noch Mastodon tatsächlich eigentlich so auf Platz 1. Man kann in Moshidon übrigens auch den Pixel-Fert-Account hinterlegen, wenn man das möchte und nicht die offizielle App oder die Pixel-Droid aus F-Droid nutzen möchte. Auf jeden Fall Daumen hoch für Moshidon for Mastodon. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatalk, gplus.eu slash oneappatalk oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatalk. Das war One App A Day.